Lose our way. The road ahead is long, Master. Ha-ha-lo, YouTube. What are you doing for, if not times such as these? Right you are. Ja, die sind am schnacksen da. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dragons Dogma 2. Ja, ich bin hier im Gasthaus. Äh, hey, ja. Ähm. Ihr habt eigentlich nichts verpasst. Ich hab einfach nur das Gasthaus gefunden. Und hab mir gedacht, ich übernachte mal, damit wir hier am Tag umkommen. Nein, ich komm jetzt nicht. Hier hätten wir, was haben wir denn hier? Greetings. Ja, hi. Ach, das ist mir wurscht. Nee, ich will keine Runde ausgehen. Mach's mal gut. Okay. Okay, sie wollte mir was zeigen. Wir laufen mal hinter ihr. Obwohl ich mich eigentlich erst mal nur umgucken will. Wir gehen mal ein bisschen hier hoch. Wir fangen von oben nach unten an. Machen wir es so. Ja, kommt hier hoch, ne? Pfff. Nein, da gehen wir jetzt nicht hin. Ich habe gesagt, ich gucke mich erst hier um. Nicht hetzen. Ich gehe, wann ich will. Nicht, wann du sagst. Es sieht hier interessant aus. Gibt es da irgendwas? Ja, Trum. Sehr schön, Arzneitrank. Brauchen wir. Wir haben keine Heilerin mehr. Wasserfalle, Ölfalle. Alles, was ich nicht mehr benutze. Danke. Trotzdem. Ups, ich wollte nicht runterfahren. So, fangen wir von hier an. Wir haben ja auch noch ein paar Sachen zu tun. Das wird nicht beurteilen, für keinen Grund. Okay. Was? Was? Ich brauche keinen Arzt. Ach, doch. Ja. Dann bist du... Ach, er ist der hier. Der... Der... Okay. Ja, genau. Okay, später. Dann geht's weiter. Es regnet, ja. Ach so, es ist nur ein anderer Eingang. Okay. Was ist hier? Oh, okay. Oh. Ein giftender Sud. Danke. Kann ich... Ja, kann ich... Brauchen. Und dann... Gehen wir weiter runter. Wo, wo ist ein Chest? Wo ist ein Chest? Wo? Ist ja kein Chest. Ja, oder so. Morris of Fitzin. Äh, ja. Ich hab keinen Jungen gesehen. I've just found out, Roger's been abducted by Beasts. Sorry, ich muss was drin. W-w-w-what? No! How can that be? I've just heard news. Roger's seen being dragged off by wolves. Oh, my poor boy. We must go rescue him at once. Morris. Think what you're saying, friend. We can't go charging off after the lad. We are no match for such creatures. Do you truly expect me to do not but twiddle my thumbs when my only grandson's been taken from me? The soldiers won't do aught for him, will they now? Can't sign it all. He's right. But what else am I to do? If I do not hasten to the poor lad's aid, who will? I? I? Jaja. Ja, muss ich ja wohl. If you return him to me, I will be forever in your debt, stranger. Let us speak with everyone we can think of, who might know or to use. So, weißt du denn noch mehr? I truly appreciate your offer to aid us with this friend. Had you not spoken up when you did, I fear Morris would have rushed straight into the jaws of those fell beasts. I know he's in pain. I am too. But trying to resolve this ourselves would only serve to add more corpses to the pile. Oh, I should tell you, I heard someone in town witnessed Rogers' abduction. He may have some inkling of where the creatures took the boy. Pray, do what you can to bring Roj back to us. Okay. Habe ich das als Quest? Nein, falscher Knopf. Aufträge. Was heißt das? Mit Zeit? Oh Gott. Okay, wir müssen da Leute fragen, priorisieren. Natürlich machen wir das. Oh. Ja, könnte man so sagen. Nee. No. Ich bin, wir sehen. Ich bin. Ja, bin. Could ich genauso? Ja. Ja. Ich bin. Ja. Ja, glaube ich. Ich bin. Ja. erfathabe. Und in my hour of need, who should wander by but the good of Risen? What say you, sir? Would you be so kind as to seek out the jadeite orb on my behalf? You will be rewarded handsomely for your service. Of that I can assure you. Mhm. It seems this jadeite orb is in high demand. Okay. Two people have asked us to find it now. Only one of them can have it. I shall stand by you, master. Also, wir sollen hier rumfragen. Hallo. Ach ja? Wer weiß? Hallo. Ja. Oder auch nicht. Und du? Was? Okay. 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 I met Roger by the senator. Oh. On the eastern side of town. Okay. He had what looked like a bundle of grass with him. Only he was carrying it as though it were of the greatest import. When I asked what he was doing with it, he would say no more than it was a secret. So I told him to get home safe. And we parted ways. Yet no sooner had I turned my back than I heard him scream. I charged to his aid, but a wolf was already scarper him with him and his jewels. Poor lad. His cries haunt me even now. Pray help him if you can, sir. He deserves a better fate than this. Okay. Okay. Undo? Nein. Nein? Hallo? Okay. Ach ja, als ich Lust gerannt bin, er hat mich auch angesprochen wegen diesen Yadaits-Fähren. Okay, eine Omi ist da noch. Okay. Okay, und du? Ich dachte vielleicht... Was? Okay. Okay. Nein, du wartest jetzt. Wir sind noch nicht fertig. Und ihr? What? Uh-huh. Na toll. Du kannst nicht oder du willst nicht. Was sagst du dazu? Sonst ist niemand mehr hier. Mit Oma haben wir geredet. Und... Wer bist du? Na toll. Und du? Okay. 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 Ja, wir müssen uns beeilen, ne? Was heißt das? Du musst mich entschuldigen. Ich habe einen Job, um zu zu beten. Okay. Haben wir denn jetzt irgendwie einen Wegpunkt, wo wir hin müssen? Da müssen wir hin. Okay, dann mal los. Ich wollte doch nur erfreundlich sein, hallo Sam. Okay. Okay, wir müssen uns beeilen. Oh, ich weiß gar nicht. Habe ich mein Inventar? Ja. Ja, einen Moment. Habe ich? Nein, habe ich nicht. Ich habe mein Inventar, ich habe die Sachen rausgeholt. Und zwar wurde mir gesagt von Odo, ich soll, so kann ich es benutzen. Und Leonora ist jetzt Spezialistin für Logistika. Sehr schön. Jetzt ist meine Frage, wenn ich das auch lese, hat sie das dann auch oder verliert sie die Gabe als Logistiker? Kann sie nur eine Rolle benutzen? Meine Frage, danke für die Antwort. Ich komme. Ja. Ja, hi. Äh, ne. Meine kann das schon, danke. Und wenn wir das mal hier alles erledigt haben, will ich gerne nochmal zu den Elfen zurück, um zu gucken, ob es dem Jungling gut geht. Ich weiß gar nicht, wohin er ist. Ist hier irgendwas? Oh, hier gibt es. Hier gibt es Steine. Gibt es hier oben? Eine Kiste oder so? Oh. 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 Hilfe, Hilfe. 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 Schrauschen. Hilfe. Okay, die Kist hatten wir schon. Ihr sollt nicht labern. Ihr sollt mich beschützen. Ich bin ein Fernkämpfer, kein Nahkämpfer. Okay, jetzt nicht so viel rumtrudeln hier. Oh, ist dunkel. Sind das eigentlich so Leute, oder? Danke, tschüss. Ich treffe heute gut. Ich bin heute nicht in Form. 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 Habt ihr es? So viele Schmetterlinge. Okay. Okay. Ah, hier ist ein Blum. Okay. Jetzt ist die Frage, wo ist er denn? Ich bin heute nicht in Form. Auftrag der Zahns. Sicher sind gefragt. Ein Rutsch. Für einen Rutsch, du hast erfahren, dass es in der Gegend nass war. Eine Blumen. Das Blumenbild am Rande der Stadtanschein hielt sich beim Kenotaf im Osten der Stadt auf, als er vom Wölf angegriffen wurde. Und das Drogisten zur Beute gemacht, sprich mit den Bewohnern der Stadt umheraus. Aber das haben wir ja gemacht. Dann hat man los. Return, sagt sie. Ach, wir können ja da wieder rumklettern, oder? Vielleicht müssen wir nochmal mit Leuten sprechen. Okay, haben wir den Riffstein. Kommen wir denn da wieder hoch? Sieht gut aus. Süd. Ich habe gesagt, es sieht gut aus. Ist das eine Höhle? Nein. Follow me, follow me. Wieso ist jemandem ins Wasser gefallen? Komm, tu jetzt nicht so. Okay. Sonst rennen sie mal vorne. Jetzt muss ich vorne rennen. Wir werden schon irgendwann auftauchen. Ja, ist das alle so langweilig. Ja, habe ich schon gefunden, ja. Trotzdem finde ich ihn nicht. Ich habe die Blumen gefunden. Oh, Rog. Und er hat mir meine Remedies gegeben. Ich erinnere mich immer noch... Oh, Rog. Was soll ich denn fragen? Oh. Schade. Nein. Hier sind auch Blumen und Hase. Ich sollte mal auf der Straße ein bisschen gucken. Ob ich vielleicht so Blätter finde? Hey! Geht's euch allen gut? Okay, ich muss ihn bei ihm teilen... Was stand da? Ah, danke. Das habe ich jetzt erst ausgefunden. Okay... Sehen meine mühen Augen. Eine Kiste. Zeremonieller Umhang. Nee, das Film machen wir jetzt nicht. Wir müssen den Jungen suchen. Hier sind Blätter. Wir umgehen ihn mal und holen uns noch die Kiste. Guck mal, wo irgendwo... Blätter sehen... Und wir sollten mal speichern... Falls wir ihn nicht finden... Dann laufen wir so rum... Riecht dir das auf? Ey, das Wasser kommt hier. Kommt, Kinder. Die müssen über die Hängebrücke da oben. Oder geht es auch hier hin? Ich weiß es nicht. Was vielleicht hat er? Nein, das waren wir nicht. Kommt. Aber kommt ihr nicht hier rein? Haben wir doch schon. Ja, ich weiß nicht, wo der Junge ist. Wir gehen jetzt mal über die Brücke da. Gucken wir vielleicht die Straße entlang oder so. Was willst du mir denn zeigen? Da waren wir schon bei einem Blumenfeld. Was ist denn die Brücke da? Wir waren schon bei einem Blumenfeld. Ja. Das bringt mich hier zum Blumenfeld oder wie? Ja. Wir waren schon hier. Kommt, aber du greifst wieder. Den wollen wir aber jetzt nicht. Da war die Brücke. Da war die Brücke. So, wir gehen einfach mal die Straße entlang. Hier sind Blumenfeld. Hier sind Blütenblätter. Okay. Folgen wir den nochmal. Wir müssen uns aber beeilen. Los, weiter. Hier sind nur mehr Blüten. Der hat der Kurze bestimmt verloren. Als er vom Wolf geschnappt wurde. Sozusagen eine Schnitzeljagd. Ich weiß. Aber ich bin selber voll. So und jetzt? Ich bin gerne von Alex. Ich bin wohlgelekt. Ich bin ja schon. Oder ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Und ich bin ja. Ich seh nix, ich bin total blöd. Jetzt wartet mal. Da ist die Höhle. Das ist ein Lager. Hier ist ne Höhle. Können wir da rein? Wölfe! Ja! Nicely done. Followed by example. Blended. Ich habe hier. Ich habe hier. Ich habe hier. Ich bin froh und kann. Ich bin froh und kann. Es ist eine gute Beine. Ich habe hier. Es ist kein Wofür an zu holen. Hier ist aber kein Junge. Sie haben auch nichts hier. Das war gut. Ich eier hier rum. Wo sind wir denn überhaupt? Die Höhle wird mir gar nicht angezeigt. Seht ihr irgendwo ein Kind oder so? Oder eine Leiche vom Kind? Ist ja gar nix hier. Geht's da weiter? Faulhöhle. Das hört sich nicht gut an. Ja, Behamin. Äh, wo du Glück hattest? Ja, bitteschön. Ich hab keine Ahnung. Ich bin deinen Blumen gefolgt. Ja. Ja, komm. Ja, dann mal los. Aber das war jetzt Glück. Ja, Würfel leben halt in Höhlen. Folgt der Junge uns? Ja. Ich hoffe nur nicht, dass er mir jetzt unterwegs stirbt. Wir müssen schließlich auf den Kleinen warten. Er hat nicht so lange Beine wie wir. Ja, wohl lange Beine. Ja. Ja, wohl lange Beine. Ja, wohl lange Beine. Schön vorsichtig. Nicht überraschen lassen. Oh Gott, es ist Nacht. Manche rennen auch ein bisschen schneller. Ja, wir müssen auch auf den kleinen, jungen Mann achten. So leuchten die also in der Nacht. Aber am Tag leuchten die ja auch. Ich glaub, die anderen Blumen im ersten Teil, diese Mondblumen, die waren schwierig zu finden. Wenn das die waren. Es gab so welche. War das Sonnenglanz oder Mondblumen? Die man nur nachts flücken konnte. Am Strand unten. Ich laufe ja hinter dir her. Ich guck nur immer nach hinten. Ob der Kleine uns auch folgt. Frey, folge mich. Ja. Quatsch mit Soße. Ich wollte einfach speichern. Speichern ist wichtig. Falls uns jetzt was angreift. Der Greif, der da rumhängt. Dann kann es passieren, dass wir den Jungen verlieren. Aber er kommt. Er ist ja der gelbe Punkt. Dann erledigen wir das mit dem Schwert hier. Mit der Medizin. Dann gehen wir zur Hauptmission. Dann die Hauptmission Hauptstadt nochmal. Und dann nochmal zu den Elben. Ich will Elfisch lernen. Elfisch. Man hat mir den Tipp gegeben. Ich soll mal da ein paar Tage rasten. Und ein paar Blumensträuße verteilen. Solche Tipps nehme ich ganz gerne an. Solange sie nicht storymäßig... Oh, es ist scheiße. Solange sie mir nicht die Story verraten. Okay, weiter. Geh doch nicht da hin. Ja, erstmal den Buben wegbringen. Weil, ähm... Man kann ja da auch Waffen verbessern. Es gibt ja drei verschiedene Sachen, wie man seine Waffen verbessern kann. Das wollte ich mir da mal in Ruhe angucken. Weil ich habe das nicht verstanden, wie die das geschrieben haben. Es gibt drei Stufen. Die velmondische Art, dann die elfische Art und noch irgendeine Art. Die ist drin, Art vielleicht. Wo ist der Junge? Aus dem Weg, ihr feigen Säcke, ihr... Wo ist der Junge? Wo ist der Junge? Was? Wo ist der Junge? Wo ist der Junge? Was? Nein! Nein, genau. Du hast Roge sicher in die Stadt gebracht. Ja. Äh, sorry, ich wollte was trinken. Ja. Joy of Joys, I thought ne'er to lay eyes on you again. Grandfather, you're smothering me. Oh, hush. You don't get to complain of such things after you worried me half to death. Very sorry, Grandfather. I didn't mean to cause you grief. And you. Words alone will ne'er be enough to express the depth of my gratitude. I am truly in your debt. Pray, take this. Tis not but a trifle in comparison to your kindness. But I hope you will accept it all the same. Thank you, sir. Thank you. Thank you for saving me. Ja, ja, bitte, bitte. 11.000 Gold. Ja. Abgeschlossen. Ich nehme trotzdem noch die 650 Gold. Ähm, hast du denn... Long as I live, I shall never forget this. I offer you my humblest thanks once again. Ja. Long as I live, I shall... Können bei ihm nichts kaufen. Moment mal, da war doch ein Waffelschmidt hier. Hallo. Well, hello there, sir. What can I do you for? Not that I really need to ask. Ah, there's always demand for weapons. Particularly near the border, where quarrels occur every other day. Okay. Dann zeige mir... Schlechter. Schlechter. Ist auch schlechter. Hast du da was für Leonora? Herzschlag. Kaufen. Ja. Okay. Verkaufen. Ja. Ausrüstung verbessern. Kann ich nicht. Nein, du nicht. Da. Golderz. Du mich auch. Okay. Wir können mal gucken, ob der Type da fertig ist. Wenn nicht, gehen wir da mal durchs... Puh. War der... Wo war der denn? Der war noch nicht... Oh. Könnte sein, hier. Und? Und? Okay, und? Oh. Alter. Ja, leider doch. Und jetzt? Worse still, it has addictive properties, that are likely to cause the patient to become... I say patient, but I should hope... Okay, das haben wir abgeschlossen, wahrscheinlich. Hier, soweit. Wir müssen ja noch, ähm... Wieder zurück zur Hauptstadt. Ja, da macht man, da ist eh nix drauf. Eigentlich müsste ich meine... Leutchen mal langsam... Auswechseln. Zu mir. Zu mir. Du wolltest mich doch die ganze Zeit führen, oder warst das du? Reden... Wichtige Angelegenheiten... ...und du? Okay, und du? Achso, ich muss... ...quests wieder... Nein, Jäger... ...ja. Deizfähre. Karte... Priorität. Okay. Ja. Ja. Okay. Okay. Dann los. Oh, sie wusste es. Oh. Ich hab keinen. Ich kann dir nicht folgen. Ich komm da nicht rein. Verdammte Scheiße. Aber jetzt mal in Ernst. Es soll doch hier... Wir gehen schlafen. Oder reisen wir erstmal zurück. Das Schwert muss warten. Ach, hier soll es doch Fälscher geben, wo man eine Maske kaufen kann. Ich weiß nicht, bei wem ich bin. Wo können wir mal auf die Karte gucken. Also, hier... Zeppelins Gasthaus. Da müssen wir gleich wieder hin zum Schlafen. Mürdinshaus. Morris... Ist das Schmiede? Kontrollpunkt Ruhrstadt Laufbahngilde. Da. Aber da müssen wir nach Barthal. Ich will noch nicht nach Barthal. Aber wir können trotzdem mal hin. Da. Der sieht aus wie ein Asiat, ne? Und man sagt, die Chinesen, die kopieren sehr viel. Das ist jetzt fies. Bei Sklarim sind die Chinesen wie, darf man ja nicht mehr sagen, wie die fahrenden Leute. Ich weiß nicht, wie man die sonst nennen soll. Ist ja verboten. Aber der sieht ein bisschen asiatisch aus. Zeig mal. Zeig mal. Ich brauche nämlich... Verstand. Was ist eine solche Fälschung, obwohl sie dem echten Gegenstand ihre Eigenschaften gehören? Sie sehen, das zweite von zwei Revoirs, die mit Ur-Atta-Magie erfüllt sind. Vereinzelten gewähren sie Zugang zu einem vergessenen Zauber. Ja, das muss ich ja kaufen. Okay, kauf mal. Nein. Ähm... In Kuriositätenladen können Fälschungen angefertigt werden. Bring einfach den Gegenstand mit, von dem du ein Duplikat willst. Zahle die Gebühr und warte ein paar Tage, damit der Händler deinen Auftrag fertigstellen kann. Die Fälschung wird zwar identisch aussehen, aber nicht notwendigerweise die Funktion des echten Gegenstands teilen. Hin und wieder hat der Kuriositätenladen eine Auswahl an besondere Funde, die zum Verkauf stehen. Falls es einen Gegenstand gibt, den du verloren oder weggeworfen hast, nun aber zurück willst, verlehr nicht den Mut, denn es besteht die Chance, dass er seinen Weg hierher gefunden hat. Auf die Regale des Kuriositätenladens. Ich bin jetzt schwer beladen. Entschuldigung. War das hier mit dem Schlafen? Ich weiß es nicht mehr. Hier ist eine Kiste. Hier ist eine Kiste. Ähm... Aber wer bist denn du? Hallo? Willkommen, Sir. Wenn du eine Verkaufung hast, sagst du die Worte. Nach allem ist es Folli, auf einer einzigen Verkaufung, wenn es so viele spannende Methoden gibt, um zu versuchen. Ne, ich bleib gerne beim Bogenschießen. Fertigkeiten, können wir mal schauen. Ja, Optionsschuss. Nö, da gibt es nichts. Haben wir... Haben wir... Haben wir... Okay, und du? Du könntest auch... Du könntest vielleicht... Nein, nein, du bleibst jetzt mal. Großer Salamander wäre da. Aus Donnermine habe ich aber nicht. Hagel hätten wir. Was macht denn Hagel? Schweinefrostigen, Blitzsaat. In der unmittelbaren Nähe der Alten ziehen, die er berührt, Schale und Erfrierung zufügt. Karaffe. Zehrt von der Gesundheit des Ziels und gewährt sie dem Wirkenden. Der Effekt hält so lange an, wie der Zauber aufrechterhalten wird. Der Wirkende darf sich dabei jedoch nicht bewegen. Ne, das ist nicht so mein Ding. Schleudert Steine, Eruptionen hoch in die Luft und fügt physisch an. Das kann man doch, aber wir haben schon. Ja, anstatt Eis kommt dann das. Ja, wir lassen es erst mal. Das hast du. Schroffhalt. Und... Und Stasis, okay. Ja, wir gehen. Oh, ich... Okay. Ich wollte eigentlich schlafen gehen. Es war... Hier oben. Wir haben aber auch noch dieses Beet von dem Jungen gefunden. Wir haben nur die Blumen da gefunden. Huch, das Beet soll ja ganz veranlasst sein. Oh, mein goodness. Oh, mein goodness. So, mir. Oh. Oh. Wiederum brauchen wir kein Geld ausgehen zu. Die wollen aber auch etwas. Okay, wir gehen schlafen. Äh, Karte, äh, stetigen, Karte priorisieren. Das ist ein bisschen komisch gemacht. Geht, schlafen. Das haben wir uns verdient. Ja! Ich will ein paar Sachen einladen. Aber das, was wir zum Beispiel jetzt erstmal nicht brauchen. Das brauchen wir nicht. Die brauchen wir auch nicht. Ich hoffe, die bleiben da frisch. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir im Moment nicht. Ich muss eine neue Hose kaufen. Dann würde ich das anziehen. Weil mit nackten Hintern habe ich auch keine Lust. Ein Ring mit einer Geheimnis von Kraft. Keine von hinten, aber weniger von vorne. Maximale Gewicht. Ja, ich weiß nicht. Von Angriff mit dem Bogen, je näher der Träger dem Ziel ist. Ja, warum machst du auch erstmal nicht? Ach, die Pfeile, die kann ich alle verkaufen. Okay. Ah, komm hin. Ach, lass mal. Äh, abbrechen, rasten. Bis zum Maul. Ja, bitte. Kann ich was trinken? Sehr gut. So. Äh, nein. Ich habe mir was überlegt. Aufträge. Jäger, Jäger der Sphäre. Okay. Karte. Äh, Priorität. Okay. Wie, bitte was? Also. Details. Auf deiner Reise bist du einem Mann begegnet, der verzweifelt versucht, einen gestohlenen Schatz zurückzubekommen. Die Jadaif-Sphäre. Äh, es scheint, dass nicht nur eine, äh, eine, sondern gleich zwei Personen nach der Jadais-Sphäre so. hat der kuriose Händler nicht so was gehabt. Gucken wir mal. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, der hätte so was gehabt. Das würde ich nämlich diesen Schmierlap da geben. Ich mag ihn nicht. Weiß ich warum. Irgendwie mag ich ihn nicht. Hey, du. Ja, da ist fair. Wir kassieren Doppel. Für den einen suchen wir, für ihn geben wir. So, how goes it? Did you manage to retrieve the Jadaite orb? Ah, splendid. You've my thanks. Before we discuss your reward, however, there is one final matter to which we must attend. Ach ja? In my line of work, trust is paramount. And so we shall go to verify the orb's authenticity together. Verdammt der Scheiße. Ich hab keine Zeit. I trust old Ibrahim's eye, most of all. Let us pay a visit to his little scrap store. Follow my lead. Die hab ich gerade von ihm gekauft. Scheiße. Oh, we're most You give me an 80 back. I've seen better days. Good day, Ibrahim. Would you be so kind as to examine this Jadaite orb? Now, I have a bit of business to attend to while he performs his appraisal. I ask that you await my return here. Okay. du hast dich konzentrieren du weißt ganz genau dass ich das was Hast du nicht vorher selber zu deinem Kollegen gehen können, hey, das ist meine? Ich verschickere nichts mehr. Ringt der Niedertal. Ich bin erschüttert. Ist jetzt die Aufgabe erledigt? Ich glaube doch nicht, oder? Ich bin erschüttert. Ich bin erschüttert. Ich bin erschüttert. Ich bin erschüttert. Ich hoffe, dass es bald aufhört wird. Wenn Master Everard erfüllt, was ich getan habe, werde ich vor dem Morgen sterben sein. Okay, wir gehen mal ein bisschen suchen. Das war ja nicht der echte, das glaube ich nicht. Das ist der echte. Wir gehen mal ein bisschen so. Apropos... Ja, es tut mir leid. Wir machen noch ein paar Minütchen. So, was macht der Ring? Wir werden schauen, wenn die Gegner von hinten angegriffen werden. Ich bin erschüttert. Wir sind erschüttert. Wir sind erschüttert. Wir sind erschüttert. Die Paunen in dieser Party sind alle Frauen. Und noch zwei von uns sind die gleich. Gibt es hier was? Hier waren Leichen. Ja. Jaspis. Zum Tag sieht man ein bisschen besser. Die war auch noch irgendwo eine Leiche. Oh, die ist verschwunden. Wieso kann ich hier hingehen? Ich habe schon lange keine Sucher-Dingens da mehr gesehen. Oh. Es ist so dunkel immer drin. Machen wir mal Licht an. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Wo kann das sein? Ich habe es vergessen. Vielleicht irgendwo verloren. Wir können ja noch den Greif machen. Wenn er wieder auftaucht. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung Ja, bitte sehr. Hab ich hier ein lockende Rauchzeichen und 1500 Gold. Hier ist etwas. Wo geht es hier hin? Ich glaube nirgendwo, war nur einfach hier so. Okay. Lampe aus. Tja, wo ist jetzt der Greif, wenn man den braucht? Die wollten nur, dass wir uns um den Greif kümmern, damit der Junge stirbt. Genau, so ist das. Aber jetzt ist ich kein Greif. Was ist hier ein Greif? Nein. Das freut mich. Aber ich verstehe nicht, wo... Oder muss ich einfach zu ihm sagen, nirgends zu finden? Aber ich habe doch da einen gekauft. War es dann wirklich der echte? Kommt nochmal zurück. Weil... Irgendwie... Er hat die ganze Zeit den gehabt. Ich gehe nochmal zum kuriosen Laden. Hör auf zu stöhnen, immer. Dieses hin und her gerinnen. Ich dachte, vielleicht so irgendwo auf dem Weg hier. Ich muss meine Vasaneln auch langsam wieder austauschen. Ich muss sagen, das Spiel läuft auf einmal wieder... Geht's okay gut. Ich weiß nicht, warum. Ich beschwere mich nicht. Bei ihm ist jetzt das Zeichen, wahrscheinlich wäre die Quest abgeschlossen, wenn ich ihm sage, ja. Unauffindbar. Ich wollte eigentlich dem Typen das Falsche geben. Ich dachte, das wäre eine Fälschung. Dammte Angst. Das nervt mich jetzt. Nichts. Ich wollte was von ihm. Ich bin nicht. Verdammt. Vergeschliffene Schöne, so wettvoll das ist, als nur so gefallen, Arling. Tauben würde. Ah, ich sehe, dass du eine meiner Masterpieces erwähnt hast. Sehr gut. Ja. Wieso formell klar und die von... Muss ich das... Aus dem Fehler von Sir Jaffer. Sie enthält eine Liste der von ihm benötigten zusätzlichen Vorräte. Wieso soll ich ihm das zahlen? Geht's? Ich will den Stein wieder haben. Ich will den Stein wieder haben. Ah, du wieder. Ich will den Stein. Ich will den Stein. Ich habe keine Angst vor dir. Ich will den Stein. Scheiße. Ja, vielleicht finden wir nochmal einen. Oder ich... Ja, die Quest ist gestorben halt. Denke ich. Ja. 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 Das war mein Hat. Keine. Ja. 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 Hmm, ich habe daude, mit dem Glück. Sonst habe ich es nicht gemacht. Oh Gott, ich sache es jetzt. W-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H! Well, hello. Oh, es gibt immer die St vardı, auch nichts von Kulturen. Sowie des Kulturen. Oh, ein paar Hosen, Leinehosen, Raptor Cloud, was? Okay. Ah, hier haben die Leute ihre Klamotten her. Euphorische Hose. Elblau-Beinkleidung. Pluderhose. Äh, ja, nächstes Mal. Laufen wir so, Omega. Das hat Kacken daraus. Hm. Okay, ich sage ihm, es ist nirgends zu finden. Äh, sie ist nirgends zu finden. Es ist nirgends zu finden. Es ist nirgends zu finden. Was habe ich zu tun, ohne ihn? Master Everard wird mich töten, wenn ich ihm das verletzt habe, aber ich habe nicht die Karte, die mir für mich selbst verletzt. Entschuldige mich, Herr. Ich behere dir, dass du keine Schmerzen hast. Du hast alles, was du für mich auf meinem behalf getan hast, ich bin sicher. Aber ich würde lieber meinen Gelegenheit von dir nehmen. Ich muss nicht finden, um einen Weg zu leben, um morgen zu sehen. Okay. Ja, ich bin unzufrieden, aber das interessiert mich jetzt auch nicht. Oder haben wir... Was, Inspiration des Bildhauers? Müssen wir mal gucken. Was war es denn noch? Nein. Ah, Karte priorisieren. So. Mit den nächsten Karten fahren wir zurück. Aber, ihr Lieben, das soll es für diesen Part erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch. Kommentare. Genau, genau. Tipps und Tricks wie immer. Ich würde mich sehr drüber freuen. Im nächsten Park geht es dann zurück zur Hauptstadt. Damit wir das abgeklärt haben. Dann würde ich gerne nochmal zu den Elfen hin. Und dann machen wir auch erstmal das Dorf. Und dann den Thronräuber. Und dann, wenn nicht noch mehr Aufgaben aufploppen, gehen wir nach Bad Town. Aber nur dann. Also, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Adios. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.